Hallo und herzlich willkommen zurück bei ARK mit Sissi und Franz. Ich bin schon mal bis hierher geflogen und wollte jetzt noch ein bisschen weiter fliegen, aber jetzt wird es hell, jetzt habe ich mir gedacht, jetzt kann ich anfangen zum Aufnehmen. Wir haben ja hier auch Redwood, aber das sind lauter kleine Bäume. Das heißt, die sind wahrscheinlich alle fellbar und keine Katzen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich hier eine finde. Sowieso habe ich eigentlich die Kuchen mitgenommen, das weiß auch keiner. Ah ja, egal. Ich weiß es auch nicht. Warte mal, eigentlich ist das verkehrt so. Wunderbar. Und dann schauen wir mal. den Loot habe ich auch daheim abgeliefert, die Achatina habe ich daheim abgeliefert. Was hast du für ein Levelchen? Was, was, was? Oh, jetzt ist er um die Ecke, oder was? Wo ist er? Da war was. Firewolf 140 und Beauty 12. Okay. Gut, damit hat sich das Thema erledigt. Und da haben wir kein Redwood. Ich frage, ob das überhaupt was bringt, dass wir gerade darüber geflogen sind. Nicht schrecken, da vorne haben wir ja unsere Mordvorstellung gemacht. Ja, ich fürchte, man sieht es dann gleich. Auch egal. Wobei, ja, es ist ja egal. Wir haben es ja von Haus aus gesagt, dass das da drauf ist. Da ist aber auch nur... Da werde ich keine finden. Die Morphodon. Kano. Was? Achso, okay. Ich fürchte. Puh, da ist nichts. Weil da sind auch nur diese halben und nicht die großen Bäume. Wir können da drüben noch schauen. Da haben wir auch noch so einen großen Baum, glaube ich. Aber... Ein Paracea? Hm. Ich fürchte da... Aber man kann nichts suchen. Mist. Und ich hatte so gehofft, dass da vielleicht was gibt. Aber... Wohl nicht. Nee, da hört das Redwood ja schon wieder auf. Schade. Oh Mann. Keine Katzen hier. Hm. Was stellen wir denn dann da an? Wir haben da vorne... ...diese hübschen Inseln. Und da vorne haben wir die Drachenbucht. Und da haben wir die Wüste. Jetzt sind da Wüste, was wir unbedingt brauchen. Sonst war eine Dragon, wäre schon nett, aber den kann ich nicht mitnehmen. Hm. Mal überlegen. Oh, Drache. Hi, Drache. Tschüss, Drache. Mache hier, ich weiss nicht warum, doch in einem etwas grösseren Boden. So. Da kommen wir jetzt zur Wüste. Ich würde fast sagen, da... So, ja. Da haben wir noch geht noch. Ja, jetzt sieht man erstmals im Video, wie oft ich irgendwo anders hinschaue. Hm? Gar nicht mehr so selten, ich weiss. Ähm. Hm. Ich habe jetzt natürlich auch keine Plattform mit, dass wir das mit der Plattform ausprobieren könnten. Naja. Heilschweine. Moment, wir wollten doch noch ein Heilschwein. Jetzt müsste man nur noch wissen, war uns das männlich oder weiblich. Haha. Ähm. 15. 140. 140 klingt super. Komm, bitte mal. Ihr auch. Jetzt rennen alle vier nach. Nein. Nur zwei. Drei. Aber du bist nicht zufällig das 140er. Nein, du bist das 15er. Gut, das hält man schon mal weg. Ähm. Das ist genau da unten. Böhm. Ne, ich seh's nicht. Neun. So, stellen wir uns mal daher. Und schauen mal, welches unseres ist. Die haben beide Düdys gefunden. Na super. Alle drei. Das da hinten ist es. Das sind die Kleinen. Haben wir normale Muni mit? Nein. Aber ich habe Brandpfeile mit. Das heißt, theoretisch... Könnte ich... Könnte ich... Kommt sie da hoch? Ja, oder? Theoretisch könnte ich auf die Falschen. Genau das da. Du bist eh das Kleiner? Genau. Jetzt rennt sie drei da im Kreis. Das ist voll super. Du bist aber definitiv das Falsche. Du bist es richtig, ja? Du bist es Falscher. Das war's 25er. Komm hier. Brenne. Brenne. Da hinten bist du. Solange das brennt, hätte ich ja Zeit für dich. 40. Gut. Es rennt davon. Komm hier, mein Greif. Und friss mal die zwei. Danke. Oh, das hat der Loot. Nein. Nein, nein. Nein, du Schweinchen. Oh, doch. Aber da kommst du nicht hin. Warte mal. Da kommst du nicht hin. Edgy. So. Lass du dir in Ruhe, du dies. Äh. Wenn du dich weniger bewegen würdest, wäre ich happy Greif. Oh, ja, super, ich kann den Greif beträumen. Ähm. So, wo ist es? Da vorne. Komm mit. Weg da. Bist du immer noch hinter mir? Gut. Ja? Gut. Immer noch? Sehr gut. War jetzt vielleicht fies, oder? Hast du geglaubt, du erwischt mich jetzt, oder was? Ja, ich dich aber auch nicht, scheiße. Äh. Ähm. Was bist du? Wo kommst du her? Und was bist du? Es ist, äh, immer diese Überraschungen hier. Neun. Ein kleines, äh, immer diese Überraschungen hier. Ein kleines Erhauton. Es schaut nur leider genauso aus wie's Großer. Komm mal da her, der Düde ist hochinteressant. Bist du? Da bist du. Gut. Da ist der Sabertooth. Und jetzt schauen wir mal, ob du überhaupt der Richtige bist. Ja. Bist du. Gut, dann gehen wir doch da rüber. Komm her. Hallo, Sabertooth. Sabertooth. Sabertooth? Komm her, mal. Ich hab da was Schönes. Hm. So. Der ist weg. Da komm ihr, Hellschweinchen. Da komm ich ja. Ja. Wenn man dich auch noch erwischen würde. So, Moment, jetzt hab ich ne Idee. Ähm. Dann kommen wir mal da runter. So. So. Da her. Ich hab keine Ahnung, wie lange das Heilschwein her braucht. Ich hab auch keine Ahnung, ob das die sind, die du brauchst. Ist der jetzt durch die Fallen gelaufen oder nicht? Nee. Der rennt da nicht durch. Aber er starrt mich hier so neugierig an. Kriege ich ihn da? Ja. Und wenn er wegkommt, rennt er vielleicht in die Fallen rein, aber ich glaub's nicht. Wahrscheinlich, wenn ich nachher nachlese, hätte er große gebraucht. Ja. Der rennt doch die einfach durch. Na, du Kleiner. Bei meinem Glück hab ich dann zwei Gleichgeschlechtliche. Hier. Mag nicht immer auf dieselbe Stelle, der auch mal. Boah. Danke, Greif. Hm. 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 Gut, ich hab noch Zeit. Ich hab mal nachher noch was ausgemacht. Ach so, in Nark hab ich mir jetzt übrigens überlegt, dass ihr von mir aus die Chemie auch öfters haben könnt. Außer ihr sagt, ach nö, bloß nicht. Bin ich mal neugierig. Doch, es ist die richtige Falle. Hihi. So, leg dich hin. Was der da wirklich noch rein ist, wundert mich. Der greift ja auch gar nicht an, die Falle. Okay. Du wirst müde. Du wirst ganz müde. Ja. Wir da. Na, lass mich runter. Dankeschön, Greif. So, nimm die Falle, nimm die Falle und in der liegt er. Okay. Ich hab doch gekochtes. Ja, okay, dann muss gekochtes reichen. So, die Falle ist weg. Sehr gut. Und du kriegst jetzt Sammelfleisch. Oh Mann, der hat Hunger. Geben wir mal sicherheitshalber noch mehr dazu. Oh Gott. Und nur sicherheitshalber, falls das andere zu wenig ist. Stimmt ja, der frisst sich ja in allem gleich durch. Der ist ja gleich fertig. Aber männlich macht mir echt Sorgen. Ich glaube, ich hätte ein Weiblichen gebraucht. Bin mir aber nicht sicher. 32 Prozent. Na wunderbar. Das sind diese. Ach nee, das sind normale. Okay. Das sind die ganz normalen. 51, sehr gut. Wie kriegen wir dich eigentlich heim? Wir hätten da unten die Bucht. Ich seh ihn. Level? Och nee. Nicht ernsthaft, oder? Nein, ihr... Ihr wollt's mich alle nur fahr... 79 Prozent. Hallo, du kleines Marella. Wohin rennst du? Ach so, er ist ein Flüchterbruder. Schwimmgut. Wir sehen uns dann drüben, ja. Ja. Oder auch nicht. So. 75 Prozent. Ach, sein Hunger ist voll. Okay. Ja, dann reicht das Handmelfleisch. Aber es wird nicht mehr für den Wolf reichen. Bleibst du da unten? Nein. Lass mich in Ruhe. Nein, nein, nein. Nicht aufs Dayudon. Mist. Hab ich selber kaputt gemacht. Gut. Kommt davon, weil ich unbedingt den Wolf haben wollte. So, komm her mal. Da kommst du nicht hoch. Doch, du kommst. Sag mal, was haben die mit der KI gemacht? Die sind ja richtig hochintelligent worden, die Viecher. Ja. 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 Das hat nicht zählt. Das hat nicht zählt. Da findest du keinen Weg hoch. Hoffentlich. Okay, das war der Stein. Nein. Na, endlich. Ja. War nicht. Nicht gezählt. Ja, weil wir jetzt wirklich mehr als ein Tier haben, brauchen wir sowieso ein Boot oder sowas. Ähm. Ähm. Meines Dayudon wird ja trotzdem durchgehen. Denk ich. Was liegt noch? Ich hab's zumindest in Sicht weiter. Da hinten liegt's. so. Wölfchen. Hier, ja. Gut, 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 gut. Na, komm her, du Wolf. Da, komm her. Wieso zählt er die nicht, her? Ja. Komme ich von da bis runter? Ähm, nö. Zielt die einfach nicht. Gut, dann brauche ich einen anderen Platz. Wieso rennst du jetzt weg? Was macht dieser Wolf? Was sind das für komische Tiere hier? Ja. Um. Ey. Das ist hier mein Dach. Ich bin da in Ruhe. Da kenne ich ja gar nichts. So, wie hungrig bist du jetzt? Ah, ja. So, ähm. Disable. So. Kommst du mal her und isst den. Ähm. Options. Behaviour. Passive. Und. Das brauchen wir nicht. Ich hab gesagt, du sollst nicht heilen. Ähm. Achso, er nimmt eh schon wieder Plus. Ne, er verliert noch. Machst du jetzt. Machst du jetzt? Wirst du jetzt mal auf zum heilen? No passive healing. Options. Da ist nix. Passive. Okay. Nix. Okay. Nix. Nix. Okay. Okay. Das hört nicht auf. Könntest du bitte aufhören zum Heil? Der hört nicht auf, oder was? Ist er jetzt aufgehört? Gut. Jetzt ist er. Ich habe hier noch ein bisschen Fleisch. Mal schauen, für 10.000 Frut wird es vielleicht nicht reichen. Aber es ist ein Anfang. Was machen wir mit dir da, Eurotan? So, kommst du hier? Lass es jetzt in der Eurotan in Ruhe. Gut. Keine Wölfe mehr. Wo geht es dir? Ganz gut, okay. Greif. Du hast doch jetzt sicher schon wieder Fleisch, ja. Gekochtes soll doch angeblich besser sein, oder? Glaub ich. Fielten wir ein, da war irgendwas. So. Ähm. Mir gefällt es hier nicht so. du bist ein Drache, das ist eine Nachbarinsel ich möchte nur ein Boot, ein ganz normales Boot Multiboot, können wir nicht bauen, haben wir nicht alles da wir haben doch die Ships-Mod drauf oder Ships-Mod gibt es doch ich frage jetzt noch wo da unten nicht mehr Longship Galleon Advanced Cock jetzt müssten wir noch wissen was was war nehmen wir mal das da Fiber, Hide und Wood Fiber müssten wir haben ähm ähm macht sie den fertig dankeschön so äh so, hätten wir das Thema trop 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 ja so viel zum Thema du hattest grad Food ich mag diese Gegend wirklich nicht ich mag das ich mag das Oh, Mopst, ja? Aber nicht mehr lang. So. Da, Eudon, wo bist du? Da. Darf ich jetzt endlich ein Boot bauen? Probier's jetzt noch einmal. Wie viel Holz hab ich jetzt? 65. Das kann man bauen und abreißen. Hat sich voll gelohnt. Haben wir da noch irgendwo einen Baum? 16. Es ist echt nicht leicht, hier irgendwas zu machen. Gibt wahrscheinlich nur Kaktus. Ja, und... So, komm mit. Oh Mann, mit was glaubt sich denn der schon wieder? Greif, was machst du da? Kratzerl. Oh no. Ja, schaut's noch so unschuldig. Das kauft euch keiner ab. Du wirst nie Hunger kriegen. Nie, nie was zum Essen im Magen haben. Gott. So, und jetzt brauch ich noch Fiber. Ähm. Mal schauen, ob das wenigstens funktioniert. Die Heimreise wird lustig genug. So, ich brauche jetzt ein... Ich glaube, ich habe das Longboat gelernt, ja. Okay. Greif. Du bist bei mir voll, ja? Du sowieso. So. Ist es schon fertig? Es ist fertig. Okay, das war das, ja. Ich mache mir da gerade volle Hoffnung, dass ich das der Eodon da überhaupt draufkriege. Ja, oh ja. Könnte gehen. Der Eodon, komm mal mit. Kann man das verstecken? Äh, Speed Selection Full. Ähm, Hidesale. Aha, nur das da. Okay, schade. Der Eodon, komm mal da hoch. Probier es wenigstens. Komm. Komm, du probierst es wenigstens da hoch, ja? Ähm. So, probier es wenigstens. Ich muss das Boot vermutlich drehen. Damit er wirklich draufkommt. Moment. Er steht drauf. So, und jetzt passiv. Nichts mehr angreifen lassen. So, du bist da voll hoch. Ähm, ne, lass mich da hoch. Ich, ich, ich werde jetzt Skifahrer. Dum, tü, dum. Oh. Ich weiß gerade, wie lange die Folge schon ist. Und ich würde sagen, die Heimreise habt ihr dann morgen. Ich würde sagen, bis dahin. Tschüss, tschau, papa. Ach so, habe ich, habe ich oder habe ich nicht? Ich weiß gar nicht. Also, bis morgen. Tschüss.